Wir sind hier im Schützenverein in Erfurt. Hier bin ich aufgewachsen im Thüringer Land. Das Schießen gibt mir einfach irgendwo die Ruhe, den Ausgleich, einfach kein Handy dabei, einfach kein Stress. Das ist einfach mein Hobby. Ich finde, der Name Rotmund hat irgendwas. Das ist einfach Wiedererkennung. Rotmund hat Wiedererkennung, finde ich. Was für uns ist das Wichtigste, die Mund-zu-Mund-Propaganda. Dass die Kunden untereinander reden, mit denen kann man arbeiten. Die sind okay, die haben gute Leute, gut ausgebildete Leute. Dass wir ordentliche Fahrzeuge haben, ordentliche Mitarbeiter haben, das ist das Wichtigste. Es muss immer punktgenau sein, es muss Regeln geben. Sicherheit ist wichtig. Gut, beim Schießen tragen wir keinen Helm, aber Sicherheit ist genauso wichtig beim Schießen wie im Kranbetrieb. Natürlich, ein Ziel ist es immer zu wachsen, aber kontrolliert wachsen. Die Großprojekte sind meist weit weg, bundesweit, europaweit. Der Mittelstand, wie Maschinenfabriken in Pforzheim und Umgebung sind für uns sehr wichtig, weil sie einfach immer wiederkommen. Immer wiederkommen und stark sind. Nein, cool bin ich nicht immer. Nein, Entscheidungen, zum Beispiel einen großen Kran kaufen, das macht man nicht aus dem Bauch raus. Dann denkt man schon sehr lange darüber nach und intensiv, ja. Jetzt sind wir bei 80 Meter Mastlänge und wir können verlängern bis auf 110, 120 Meter. Das ist überhaupt kein Problem. Das fasziniert mich, ja. Am liebsten möchte man gar nicht mehr mit dem Projektleiter reden, am liebsten reinsitzen und selber fahren. Als Kind wollte ich immer Busfahrer werden.